Live-Stream-Giveaway, meine Damen und Herren. Um 22 Uhr geht's wieder los. Der Freitag-Stream, ihr wisst Bescheid. Im Moment gibt es die Point Disarray AK47. Richtig gehört. Den Link zum Stream hab ich euch direkt ganz oben angepinnt. In den Kommentaren und in der Beschreibung. Kommt ran. Doktor, meine Schwester hat Krebs. Zombie-Krebs? Yeah!